Stellen Sie sich vor, jemand sagt zu Ihnen im Streit, Du nimmst jede Kleidigkeit gleich persönlich, entspann Dich doch endlich mal. Oder hast Du ein Problem mit Dir selbst? Das ist nicht nur bösartige Rhetorik, das ist klares Gaslighting. Ein Narzisst, der will Sie manipulieren. Und in diesem Video, da werde ich Ihnen genau verraten, was Gaslighting ist, an welchen Warnsignalen Sie es erkennen und was Narzissten damit beabsichtigen. Vor allen Dingen erfahren Sie, wie Sie sich erfolgreich dagegen zur Wehr setzen. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet. Den Link zu den kostenlosen Testworn finden Sie unter diesem Video. Und das ist mein neues Buch, auch sehr gut gegen Narzissten. Gleich hören Sie einen typischen Gaslighting-Dialog, wie ihn ein Narzisst auch mit Ihnen führen könnte. Ich zeige Ihnen auf, mit welchen Tricks er Sie manipulieren und verunsichern will. Und dann wiederhole ich den Dialog, nur dass Sie diesmal perfekt auf seine Gemeinheiten reagieren. Sie werden staunen, wie einfach Ihnen das gelingen kann, einen Narzissten in seine Grenzen zu verreisen. Alles, was Sie hier lernen, das können Sie direkt nach dem Schauen dieses Videos anwenden. Das verspreche ich Ihnen. Vorher ist es wichtig, dass Sie begreifen, warum Gaslighting so gefährlich ist. Worauf beruht Ihr Selbstbewusstsein? Darauf, dass Sie wissen, wer Sie sind, was Sie tun und was Sie sagen. Wer das nicht mehr weiß, der ist anderen Menschen ausgeliefert. Und diesen Umstand nutzen Narzissten aus. Sie reden Ihnen ein, dass Ihre Wahrnehmung falsch ist und dass mit Ihnen etwas nicht stimmt. Auf diese Weise wollen Sie Ihr Fühlen und Denken so lange manipulieren, bis Sie die Kontrolle über Sie als Person übernommen haben. In der Fachsprache heißt das Gaslighting. Dieses Wort für psychologische Manipulation, das stammt aus dem Jahr 1938. Der britische Dramatiker Patrick Hamilton, der brachte das Thema in seinem Stück Gaslighting auf die Bühne. Der Narzisst, der redet Ihnen ein, dass mit Ihnen etwas nicht in Ordnung ist. Sie sollen an sich selber zweifeln, an Ihrer Wahrnehmung, an Ihrem Geisteszustand, an Ihrer Persönlichkeit. Sie sollen Fehler, die er begeht, bei sich selber suchen. Ihr Ego, das wird ausgewischt, das wird wegradiert, das wird vernichtig erklärt. Gaslighting ist eine schlimme Form von psychischer Gewalt und Sie müssen sich rechtzeitig abgrenzen und sich wehren. Sonst kann es passieren, dass Sie tatsächlich in psychische Probleme stürzen. Und hier jetzt ein Dialogbeispiel, wie Gaslighting ablaufen kann und dann, wie Sie dem Narzissten Grenzen setzen. Stellen Sie sich vor, Sie wären der weibliche Teil in einer Beziehung. Der Narzisst sagt, Sie antworten, Ich mag es nicht, wenn du meine Freundinnen schlecht machst. Er Ich mache deine Freundinnen schlecht? Jetzt hör aber mal auf. Ich kenne keinen anderen Menschen, der so sehr auf die guten Eigenschaften achtet wie ich. Sobald es etwas zu loben gibt, lobe ich. Du hast doch mit der Kritik angefangen. Sie Ich habe meine Freundinnen kritisiert. Er Und ob? Gerade neulich hast du Sandra unterstellt, dass sie dich bewusst zappeln lässt. Erinnerst du dich nicht mehr daran, als du auf ihre Nachricht gewartet hast? Du hast dir einen schlechten Charakter unterstellt. Sie Habe ich nicht gesagt, dass sie wahrscheinlich kein Netz hat und mir deshalb keine Nachricht schicken kann? Er Kein Netz? Allmählich mache ich mir Sorgen um dich. Du hast von einem schlechten Charakter gesprochen. Und ist dir wirklich noch nie aufgefallen, dass sie immer so fies grinst, wenn du in einer Runde etwas erzählst? Sie Wann hast du das denn mit dem fiesen Grinsen gesehen? Er Frag mich nicht, wann ich es sehe. Sobald du wegschaust, sehe ich es immer. Das sind abfällige Gesten. Manchmal tuschelt sie auch anderen ins Ohr. Und wenn ich sie mal am Telefon habe, dann probiert sie sogar mit mir zu flirten. Die baggert mich an. Sie Ich kenne sie mein Leben lang. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie eine falsche Schlange ist, auch wenn du es so siehst. Er Wie kommst du darauf, dass ich sie als falsche Schlange sehe? Sie Das hast du doch gerade noch gesagt. Er Da musst du wirklich mal zum Arzt gehen. Da stimmt etwas bei dir nicht. Ich habe diesen Begriff nie verwendet. Ich habe gerade gesagt, dass der Umgang mit ihr schon lange falsch ist. Schon lange und nicht Schlange. Die Schlange, die hast du einfach hinzugedichtet. Aber ich bin mir so gut wie sicher, dass du dieses Wort, hörst du dir eigentlich noch zu? So gut wie sicher. Ja, das heißt doch, du bist unsicher. Und warum bist du unsicher? Weil ich diesen Begriff nie verwendet habe. Du siehst und hörst nur noch das, was genau in dein Weltbild passt. Und darum siehst du die Sandra auch noch als Freundin, obwohl sie sich ganz offensichtlich in die Pfanne haut. Und obwohl du selbst schon den Begriff falsche Schlange mit ihr verbindest. Ich, ich will dir natürlich helfen, aber dazu musst du offen sein. Was ist denn los mit dir, dass du so weit neben der Spur läufst? Nun frage ich sie. Was ist gerade zwischen dem Narzissten und ihnen passiert? Welche Manipulationstechniken kamen zum Einsatz? Und wie hätten sie den Narzissten in seine Grenzen verweisen können? Ich werde diesen Dialog gleich wiederholen. Dann sehen sie genau, wie das manipulative Spiel des Narzissten hätte beendet werden können. Das wird sehr spannend. Vorher liefere ich Ihnen eine Analyse. Der Narzisster unternimmt den Versuch, das Steuer ihrer Wahrnehmung unter seine Kontrolle zu bringen. Dabei orientiert er sich nicht an den Fakten, sondern an seinen eigenen Interessen. Wahrscheinlich wird er einen Keil zwischen sie und ihre Freundinnen treiben, weil es keine Götter neben ihm geben darf. Und mit jedem schlechten Wort, das er über ihre Freundinnen sagt, sendet er indirekt die Botschaft. Ich, ich bin besser als die. Ich habe deine volle Aufmerksamkeit verdient. Sein Vorgehen, das ist sehr perfide. Er stellt sich also als Besitzer einer absoluten Wahrheit dar. Er sieht, was sie übersehen. Er durchschaut, worauf sie reinfallen. Und auf diese Weise will er Stück für Stück ihre Wahrnehmung untergraben, ihr Selbstbewusstsein bröckeln lassen und die emotionale Macht über sie erlangen. Und mit jeder falschen Behauptung, der sie nicht ausdrücklich widersprechen, können sie tiefer im Morass des Gaslightings versinken. Mir fallen bei diesem Dialog sechs Manipulationen auf. Erstens. Der Narzisster bezeichnet ihre Freundinnen als falsche Schlangen, ohne jeden Beweis dafür zu liefern. Er benennt sich selbst als Kronzeugen. Ich weiß das genau, als wäre er die sicherste Quelle der Welt. Zweitens. Der Narzisst, der stellt sich als menschlichen Engel dar, der angeblich vor allem auf positive Eigenschaften anderer achtet, so will er seine Glaubwürdigkeit erhöhen nach dem Motto »Will schon was heißen, wenn mir mal was Negatives auffällt«. Drittens. Er legt ihnen Aussagen in den Mund, die sie nie gemacht haben. Etwa, sie hätten ihrer Freundin einen schlechten Charakter unterstellt. Und davon profitiert er zweifach. Erstens entsteht der Eindruck, sie könnten seine Aussage bezeugen. Und zweitens wächst ihre Verunsicherung. Vierter Punkt. Während er ihre Wahrnehmung untergräbt, tut er so, als wäre er auf ihrer Seite, als würde ihm Mitgefühl leiten. Allmählich mache ich mir Sorgen um dich. Er gibt sich als Beschützer aus, während er sie zerstören will. Das macht die Attacke besonders perfide. Fünftens. Mit der Unterstellung, die Freundin würde mit ihm flirten, appelliert er an eine Urangsttief in ihnen. Dass sie verlassen werden, hintergangen werden, dass sie allein in der Savanne stehen. Diese Aussage ist ebenso wenig nachprüfbar, wie die angeblich abfälligen Gesten, die sich die Freundin hinter ihrem Rücken erlaubt. Sechstens. Er streitet ab, den Begriff »falsche Schlange« verwendet zu haben. Damit bläst er zum Angriff gegen ihre Zurechnungsfähigkeit. Sie sollen an allem, was sie wahrnehmen, zweifeln, als liefen sie Gefahr im aufgepeitschten Ozean ihrer Wahrnehmung zu ertrinken. Und dort bietet er, natürlich er, sich als ihr Rettungsring an. Was hätten sie tun können, um den Dialog zu ihren Gunsten zu wenden? Hier mein Vorschlag. Er sagt, Ihre Antwort. Du meinst also, ich bin blind für den miesen Charakter meiner Freundinnen, aber du durchschaust sie mit Röntgenaugen und musst jetzt die Alarmglocken läuten, um mich aus ihren Fängen zu retten? Willst du mir das sagen? Durch diese Zuspitzung legen sie die versteckte Agenda offen und geben ihm indirekt zu verstehen, dass sie sein Gaslighting durchschauen. Die Frage am Ende ist stark, denn sie setzt ihn unter Rechtfertigungsdruck. Er. Ich will deine Freundinnen nicht schlecht machen. Ich kenne keinen anderen Menschen, der so sehr auf die guten Eigenschaften anderer achtet wie ich. Sobald es etwas zu loben gibt, lobe ich. Du hast mit der Kritik angefangen. Sie. Ich bin irritiert. Du sagst, dass du auf die guten Eigenschaften anderer achtest und zugleich bezeichnest du meine Freundinnen als falsche Schlangen. Wie passt das zusammen? Sie drehen den Spieß um und sie weisen ihn auf eigene Widersprüche hin. Damit sinkt der Aktienkurs seiner Glaubwürdigkeit. Er. Du musst wirklich mal zum Arzt gehen. Ich habe nie von falschen Schlangen gesprochen. Ich habe gesagt, dass der Umgang mit ihnen schon lange falsch ist. Nicht Schlange, schon lange. Die Schlange, die hast du dazu gedichtet. Sie. Das ist interessant, dass du es so in Erinnerung hast. Und noch interessanter ist vor diesem Hintergrund, dass ausgerechnet du mir einen Arzt empfiehlst. Sie springen nicht auf eine Debatte über den Begriff an, sondern drehen die Beweislast mit der ausgerechnet Du-Formulierung um. Jetzt hat er das Problem und nicht mehr sie. Er. Was heißt hier ausgerechnet ich? Sie. Denk mal darüber nach. Du kommst schon drauf. Sie lassen den Schwebezustand der Unsicherheit hängen. Er. Ich kann dir nur sagen, dass Sandra immer fies grinst, wenn du etwas erzählst. Sobald du wegschaust, sehe ich abfällige Gesten. Manchmal tuschelt sie den anderen auch ins Ohr. Und wenn ich sie mal am Telefon habe, probiert sie sogar mit mir zu flirten. Sie baggert mich an. Sie. Ich halte fest. Meine Freundin hasst mich, verspottet mich und will mit dir ins Bett. Und ich dummes Schaf kriege davon nichts mit, obwohl ich sie schon mein halbes Leben lang kenne. Und das sagst du mir, obwohl du immer nur das Gute in den Menschen siehst. Ist es so? Wieder eine wunderbare Zuspitzung, in der sie sein Gaslighting enthüllen und die Widersprüche in heiterem Ton offenlegen. Er. Du brauchst gar nicht so blöd zu spotten. Sandra haut dich wirklich in die Pfanne. Soll ich dich denn etwa nicht warnen? Sie. Du kannst meine Freundinnen sehen, wie du sie sehen willst. Aber das gleiche Recht, das gilt auch für mich. Ich mag meine Freundinnen und daran wird sich nichts ändern, egal wie du über sie sprichst. Sie grenzen sich klar vom Gaslighting ab und sie geben dem Narzissten zu verstehen, dass sie sich ihre eigene Wahrnehmung von ihm nicht verwischen lassen. Grenzen sie sich radikal gegen ein Gaslighting ab. Der Narzisst, der wird ihnen einreden wollen, dass sie dumm sind, hässlich sind, unbeliebt sind, erfolglos sind und natürlich ganz alleine Schuld an jeder Beziehungskrise. Der Narzisst wird ihnen einreden wollen, dass mit ihnen psychisch etwas nicht in Ordnung ist, dass sie für ihn eine Zumutung sind und dass sie dankbar sein müssen, dass er sich mit ihnen abgibt. Und der Narzisst wird ihnen einreden wollen, dass es auf der Welt nur einen Menschen gibt, der es wirklich gut mit ihnen meint, nämlich ihn selbst. Es ist wichtig, ganz wichtig, dass sie diese Manipulation durchschauen. Es ist wichtig, ganz wichtig, dass sie ihre eigenen Überzeugungen behalten und seine Manipulationsversuche abwehren. Sagen sie sich, ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Ich weiß genau, was ich denke und fühle. Er kann mir erzählen, was er will. Ich höre nicht auf ihn. Ich höre auf meine Gefühle, auf meinen Verstand. Ich kenne meine Wahrheit selbst. Ich spüre, was richtig für mich ist. Diese Überzeugung, die hilft ihnen, das Gaslighting des Narzissten an sich abprallen zu lassen. Und wenn er merkt, dass es ihn nicht mehr steuern kann, dann werden sie ihm unheimlich. Denn Narzissten wollen andere mit ihrer psychologischen Fernsteuerung kontrollieren. Wenn das nicht gelingt, bekommt der Narzisst kalte Füße. Oft wird er sich nach einem anderen Opfer umsehen. Dann, erst dann, können sie sich aus einem psychologischen Klammergriff lösen und wieder ihre Freiheit erlangen. Dazu gratuliere ich Ihnen, denn dann ist der Spuk des Gaslightings vorbei. Und jetzt noch ein Tipp. Dieses Video, das lehnt sich eng an mein Buch, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Dort bekommen Sie ganz viele Tipps, wie Sie Manipulationen durchschauen und abwehren, auch mit Dialogbeispielen. Überall im Buchhandel erhältlich. Und jetzt schauen Sie gerne noch mein Video über einen Satz, den jeder Narzisst hasst und den Sie gerade deshalb sagen sollten. Der Erfolg wird Sie verblüffen. Klicken Sie das Video jetzt hier und wir blenden es auch gleich noch ein. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache, damit später keiner sagen kann, er habe nichts von dieser großartigen Möglichkeit gewusst, sein Leben sofort zu verändern und sich von Narzissen für immer abzugrenzen. Ich sage Ihnen jetzt, wie ich Ihnen dabei helfe. Ich wollte öfter Nein sagen und selbstbewusster sein und für meine Bedürfnisse kämpfen. Warum tust du es nicht? Ich wollte jeden Morgen joggen und gesünder essen und das Rauchen aufhören. Warum tust du es nicht? Ich wollte Karriere machen und mehr Geld verdienen und im Beruf vorwärtskommen. Warum tust du es nicht? Keine Ahnung. Ich sage es dir, du verlierst im Alltag deinen Willen aus dem Auge. Komm in meine 365-Tage-Challenge, dort halte ich dich jeden Tag des Jahres auf Kurs, 365 Mal. Klingt gut. Ist es auch. Ganz viele Teilnehmer haben mit der Challenge einen Karrieresprung geschafft, treten selbstbewusster auf, ernähren sich gesünder und sie machen mehr Sport. Probier es aus, ich schenke dir die ersten 14 Tage. Und was, wenn ich nicht zu 100% zufrieden bin? Dann genügt eine Mail in den ersten vier Wochen. Ich will sicherstellen, dass du begeistert bist. Klick jetzt den Link auf dem Bildschirm und starte in ein besseres Leben. Dein Martin Werle